Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Achtbeinige Plage anzunehmen bei Lilial Demarvuch im Azurblauen Gebirge an dieser Position. Ich nehme hier gleich mal die Quest an und dann darf man hier von diesen Spielen töten. Hier draußen sind ein paar aber auch noch natürlich tiefer im Questgebiet. Kann man auch ein paar Cooldowns benutzen und ich habe gleich 2 von 10. Zusätzlich brauchen wir Pläger der Primalisten. Wir sind definitiv tiefer im Questgebiet. Also hier ein Questgebiet und die Pfleger werden teilweise umher. Schaut mal, hier sind direkt 2 Pfleger. Ich hole alles. Habe jetzt schon die 2 Pläger. Jetzt noch die Aids, die dabei waren. Dann nehme ich noch so ein paar Spinnen mit. Dann habe ich auch schon 5 Spinnen. Also die Hälfte. Da ist ein Quest-Item getroppt. Ja. Ich werde die Quest aber abbrechen und nachher starten. Jetzt brauche ich einen Pfleger noch und 5 von diesen Spinnis. Ich würde mal auch sagen, ich halte mal auch schon nach dem Pläger. Die anderen Mobs sind ja zu genug und vorhanden. Aber wie es aussieht, sind die gerade tot und übersehe ich die. Normalerweise sollte es kein Problem sein, Pfleger zu finden. Anscheinend war ein Spieler vor mir hier und hat die Pfleger getötet. Normalerweise ist hier viel mehr bloß. Na gut, dann töte ich zuerst die Spinnen. 6 von 10. Ah, die dahinten zählen nicht mehr dazu. Also da müsste man aufpassen, außerhalb vom Quest-Gebiet sind auch die gleichen Spinnen. Schaudernetz. Schaudernetz. Ach, das sind Schaudernetz Malma. Doch. Schaut mal, dahinter ist auch ein Schaudernetz-Kriecher. Ne? Sind tatsächlich andere Mops. Sind aber auch außerhalb vom Quest-Gebiet. 7 von 10 Spinnen. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe so einen Pfleger gesehen. Schaut mal, da ist noch seine Pflegerin. Wieder alle Cooldowns. Wow. Ein bisschen gegenheilen. Und jetzt brauche ich noch eine Spinne. Da ist eine. Gleich mal umgeboxt. Dann dürfen wir schon diese Quest abgeben. Wir dürfen hier hinfliegen. So. Die Quest ist abzugeben bei Lilial Demmerbruch. Immer zur blauen Gebirge. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.